Yep! Endlich mal! 13! Alter, leck mich doch am Arsch! Sehr schön. Da liegt auch noch einer. Ui! Geil! Warte schnell. Rand, Rand! Aua! Schön in den Schädel geschossen. Uiuiui! Isabella, tut mir leid, aber alter, ich muss... Ey, alter, guckt euch das an! Der Strand ist in unserer Hand. Die haben nur noch 34 Leute. Der Kamerad, mein Trupp-Kamerad aller vom Feinsten. Es läuft, es läuft bei uns. Leute, guckt euch das an. Moin, moin und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf Iwo Jima. Oh, wir sind... ...atwas in der Unterzahl. Ja, und weiter geht's auf den Schlachtfelder einer Leidenschaft. Ich bin gespannt. Iwo Jima ist eigentlich so mit meiner Lieblings-Map. Ja, doch, kann man so sagen. Und ich habe schon... Oh, hier decken sie uns schon ein. Scheiße. Ui. Ui. Ich habe einen Plan. Ich bin gespannt. Ob er aufgeht. Oh, da kommen sie an, da hinten. Schnell rein hier. Das ist mein Ziel. Hier war ich noch nie. Oh, scheiße. Kampfgebiet zu Ende. Scheiße. Äh. Ich dachte, ich kann mich da drin schön verstecken. Da kommen sie an. Gib. 20 Schaden, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Ja. Nein. Der am MG, Alter, nein. Boah, da schießen sie aus vollem Rohr. So, weiter geht's. War schon mal zwei Kills gemacht. Das ist schon mal... Oh. Das ist schon mal viel wert. Die zwei ersten Kills... Verkisset man nie. Oh, diesen Strand zu verteidigen ist schon... Nicht so einfach. Siehste, geht's schon los. Und da hinten ist ein Panzer. Vorbeigeschossen. Hoch hier. Hopp. Den Panzer holen wir uns. 19, Alter. Was sind denn das für scheiß... Panzerfäuste hier. Krieg das Kotzen. Wo ist er denn hin? Steht in seinem Qualm oder was? Er brennt schon. Ja, vorbei. Oder er flog schon in die Luft. Keine Ahnung. Gib nochmal hinterher. Hier, komm. Verbarrikadiert eure Stellungen in diesem Sektor. Sie haben den ersten Sektor... Haben sie schon erobert. Okay, das ist schwer zu halten, glaube ich, oder? Also der geht eigentlich immer weg. Mann. Au. Idiot. Flugzeuge schon wieder sehe. Da wird's mir schon wieder Himmelangst. Da ist doch schon wieder ein Panzer, Alter. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, ich hab keine Munition mehr. Fuck. Aber das ist schon wieder ein geiles Feeling. Mann. Das schon jetzt... Ganze Zeitpunkt war gespielt. Randwolf ist ja... Aktuell nicht da. Mist, hat sich im Rauch verpisst. Also bleibt... Bleibt mir nichts anderes übrig. Außer allein zu spielen. Und hoffen, dass er bald wieder... Mann. Hoffen, dass er bald wieder da ist. Ich lebe noch. Nein. Oh, nein. Alle im Kampf, im Kampf, alle im Kampf. Jungs, ich will spornen. Ja, ja. Komm, schieß die Flieger ab. Hier steht ein Panzer. Ich schieße vorbei. Kann doch nicht wahr sein. Yep. Endlich mal. So eine Dreckskiste zerdeppert. Oh, B ist erobert worden, Alter. Scheiß die Wand an. Jag mal ihn rein hier. Timka. Er hat's versucht. Mein zarten Arsch zu spret... Au. Ach da, Alter. Nein. Wie er mit einem Schwert rausgefuchtet kam. Oh. Blutframm-Asset. Okay, da ist schon ihn über. Granate, Granate, Granate. Ui. Warte, den hole ich mir. Den hole ich mir. Warte. Zack, zack, zack. Ui. Noch einer hier. Da kommt er. Ja. Hat mir auch hierhin gedrückt. Ich kann Medizin holen hier. Junge, wir brauchen ärztliche Versorgung. Oh, jetzt dachte ich, da ist eine Mine gestellt. Ui, 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 ui. Ja, Junge, gib alles. Hat Spaß mit dem Säbel. Hier unten. Schießt einer. Hier unten. Alter, das war knapp. Da. Gib ihn. 13. Alter, leck mich doch am Arsch. Schießt vorbei. Ich hasse das. Ja, ist doch gut. Da war er ja noch. Sieh wieder aus dem Staub gemacht. So, der Panzer fährt weg. Schnell hin. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Da ist er. Noch einer. Granate raus. Nachladen. Da war noch einer. Da ist er. Da ist noch einer. Nein. Ich knarre alle. Ja, guck. Junge, gib alles. Das ist unser Sektor. Ja, mir das sagen. So. Es gibt doch noch einer. Sehr schön. Da liegt auch noch einer. Ey, geil. Dass ich den noch erwischt hätte. Hab ich nie gedacht. Hab ich nie gedacht. Oder ein, ja. Ich brauch Heilung. Ja, sehr gut. Das ist Medizin. Er fucht halt schon wieder mit seinem Säbel rum. Aber Schwert ist das ja. Sehr Samurai-Schwert. Da liegen. Da liegen sie in den Löchern. So, warte schnell. Ran, ran. Ja, schöne Sache. Schöne Sache. Was wollten die da drin? War das Maulwürf? Nein. Jo, wieder zurück. Wieder zurück. Oh, und schon schlägt es wieder ein. Sie hatten sich eingegraben wie die Maulwürfer. Es hat ihnen aber nichts genutzt. Weil der senseless Survivor sie aus ihrem Drecksloch rausgeschossen hat. Was war denn das da unten? Das ist schon kaputt. Ja. Schade um die Rakete, aber. So, dann postiere ich mich mal hier. Und warte, dass einer angerannt kommt. Den schieße ich hinterher rückschreit ab. Da ist schon einer. Mist. Und noch einer. Da will sich unseren Bunker unter den Nagel reißen. Was? Dann warte, Kumpel. Ich knall dich von oben ab. Sollst du mal sehen. So. Mein Bunker ist das. Pondition. Kumpel, nein, stirb nicht. Wie er umgefallen ist. Wie vom Schlag getroffen. Das Feeling ist auch schon wieder mal geiler. Das muss ich sagen. Also, Battlefield ist und bleibt noch ein geiles Spiel. Schießt doch einer. Ein Sliper. Pff. Oh, yeah. Jetzt bin ich der Maulwurf. Den hole ich mir. Den Hund. Aber warte. Wenn du dein Köpfchen rausstreckst. Ist er tot? Shit. Mist. Schon weggeschossen. Schade eigentlich. Schade. Da kommt einer. Bisschen austricksen. Da, gucke. Nein. Oh, Typ 2A, Alter. Weck mich am Arsch. Sehr schön, Jungs. Sehr schön, habt ihr euch positioniert. Wie treffe ich? Warum treffe ich denn diese Panzer nie, Alter? Komm jetzt. Der geht hoch. Jep. Nice. Aber war schon gut angeschlagen. Oh, schön in den Schädel geschossen. Ui, 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 ui. Isabella, tut mir leid, Alter. Aber, Alter, ich musste dich leider über den Haufen schießen. Wieder einen Schädelschuss. Mimito, Junge. Mimito. Kampfgebiet zu Ende. Zurück. Da ist noch einer. Ja, unten tummeln sie sich. Da ist noch einer hier irgendwo. Oh. Oh. Jungs, habt ihr Medizin für mich? Oh, nein. Flammenwerfreinung. Bin im Arsch gegrillt. Wo siebenmal bis jetzt bloß drauf gegangen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und 17 Kills bisher. Ich hoffe. Geil. Ich hoffe, das wird hier noch richtig. Eigentlich wünsche ich mir ja, dass sie mal durchbrechen. Dass wir noch ein bisschen länger schießen können. Aber. Sie haben schon gute Leute aufgebraucht. Danke. Aber geil. Geil sieht's aus. Ich muss sagen. Respekt vor den Piloten, aber ohne Scheiß. Ich hab mich auch mal versucht. Als Pilot. Aber warte, ich rette dich. Naja, kippt auf. Als Pilot. Aber es war gnadenlos. Es ging gnadenlos in die Hose, Alter. Sowas von, Leute. Das kann ich euch sagen. Das war nicht mehr feierlich. An Abschüsse war nicht zu denken. Ich war froh, dass ich mich halbwegs in der Luft halten konnte. Ja. Ui. Das war knapp. Das ist schon wieder so ein Dreckspanzer. Wieder nur 13. Alter. Was ist denn hier nur? Was stimmt denn nur nicht? Mit mir. Junge. Mann, ey. Wieso kriege ich die Panzer nicht klein? Immer nur 13 Schaden. 10 Schaden. Ich weiß. Ich weiß. Es muss irgendwie... Ja, Winkel stimmen. Aber was für ein Winkel, Alter. Was denn für ein Winkel, Alter? Ich kann doch nicht in die Luft springen, um dann 45 Grad runter zu schießen. Das Ding gerade... Das Ding gerade vor mir steht, dann schieße ich so drauf, wie ich es habe. Aber man muss doch mal ein bisschen mehr als bloß 10 Schaden machen. Das kann doch nicht sein. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch Panzer, die von hinten anfälliger sind als von vorn oder so. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls... Es ist jedenfalls... Ja, Ziel A. Anton wird von unseren Leuten schon wieder zurückgeholt. Tummelt sich noch einer. Versucht sein Glück, aber den werden sie wahrscheinlich gleich über den Haufen schießen. So, ich zäume mal das Pferd wieder von hinten auf. Zwei Leute immerhin. Der knallt mich mit Rubi ab. Was für ein erbärmlicher Tod. Timka, komm, gib alles. Schieß die Flugzeuge runter. Guter Mann. sitzt tapfer an seiner Flugzeugabwehrkanone. Oh, hey, Junge, macht das einen Lärm. Aber dieses... Das ist... Das ist Battlefield! Und fast so gut wie Sparta, Alter. So rein hier an den Graben. Movement ist der halbe Sieg. Warte, wo ist er hin? Was war da los? Er hat ihn mir weggeschossen. Uh, uh. Hier sitze ich. Hoch. Er wird geschossen. Wir sind noch wieder im Bunker unterwegs. Ach, Mann! Timka sitzt immer noch in seiner Flugzeugabwehrkanone und schießt aus vollem Rohr. Da hat er eins runtergeholt. Geil! Die Bahn ist... Was hat der denn für einen Sprung gemacht, Alter? Ich sehe nichts. Das sagt niemandem, dass ich eine Stunde gebraucht habe, um den umzuknallen, Alter. Okay, das war schon besser. Da steht auch ein Panzer. Wahrscheinlich ist er eine Attrappe oder was. Ich fall drauf rein. Oh ja, geht's ab, geht's ab. Hinter mir war einer. Ich hab's gesehen. Oh, der Gegner hat nur noch 61, 60, 59. Kann gar nicht aufhören zu zählen. Leben! 57. Mensch! Wir halten den Strand, Alter. Wir halten den Strand, Leute. Es ist kein Zuckerschlecken für unsere Feinde. Es geht rapide abwärts mit den Gegnern. Schön, der Panzer steht hier. Es ist... Da vorne sind die Jungs. Es ist fantastisch. Ein fantastisches Zusammenspiel. Alle sind da, wo sie hingehören. Phänomenal. Die Flugzeuge sind... Ach nee, das war Kumpel. Die Flugzeuge sind weg. Komm. Shit. Da rettet mich einer. Thank you. Amestetok. Oder wie auch immer du... ...heißt. Ey, Alter. Guckt euch das an. Der Strand ist in unserer Hand. Hier haben wir nur noch 34 Leute. Und hier faucht's schon wieder rein. Dicker, fahr mich nicht um. Ey, guckt euch das an, wie wir den Strand eindecken. Na, schade. Au, 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 au. Guckt euch das an. Jeder steht auf seinem Posten. Ast rein. Nein. Weggeschossen. Fuck. Ich werde nur noch mal Kills machen hier und bevor Schluss ist. 17 Leben haben sie noch. Äh, der hat sich versteckt. Oh, ich hab das Messer. Ich wollte das Messer nicht. Ich wollte eigentlich was anderes. Ja, noch ein Kill gemacht. Noch ein. Ja, unschönen Headshot. Au. Weg. Typ 2A. Danke, danke. Like a fry. Mein Kamerad. Mein Trupp-Kamerad, alle. Vom Feinsten. Es läuft. Es läuft bei uns. Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. Noch vier. Noch vier Feinde am Leben. Also noch vier Leben haben sie. Und schon haben wir den Sieg geholt. Alter, das war ein fantastischer Rand. Manchmal hat man Spiele dabei. Lacht das Herz aller. 28 zu 15. Naja. Hey. Da sind wir. Unser Trupp, mein Trupp. Wir haben gewonnen. Sieg. Schönes Spiel. Schönes Spiel.